gibt es bei den beiden eine wachablösung ja oder nein das ist die frage die viele jetzt bewegt nachdem wir ja die alte juni marke nach oben durchstoßen haben tatsächlich der dax wunderbar der s&p wunderbar über den nasdaq müssen wir nicht reden allerdings der dow jones und auch der russell der breite index mit 2000 titeln die hinken noch ein bisschen hinterher also da kann man sich die frage stellen ist das wirklich schon das bullische zeichen wir haben ja längst darüber gesprochen aktuell sogar im ganz kurzfristigen chart sehen wir dass der markt sogar im ticken nach unten unterwegs ist in der schnellen bewegung wackelig nach oben das gibt die chance dass damit die nächste abwärtsbewegung vielleicht losgetreten wird ob das tatsächlich jetzt der fall ist das lässt sich in so einem kleinen muster im intraday chart natürlich noch nicht erkennen aber es wäre zumindest mal eine chance für die wachablösung wer jetzt natürlich auf der suche ist und sagt kann ich denn jetzt schon short gehen auf kleiner ebene ist das durchaus schon nachvollziehbar auf große allerdings hatten wir dieses szenario schon so oft in der vergangenheit deshalb bitte bitte meine dringende mahnung nicht jetzt voreilig massiv auf die short seite wechseln sondern von mir aus diese kleineren bewegung wer aktiver ist gerne auch mal mitnehmen das ist überhaupt nicht das thema aber nicht jetzt schon massiv sagen ha ich habe jetzt im fünf minuten chart irgendein anzeichen und daraufhin muss der markt tatsächlich drehen also das wäre ein bisschen gefährlich deshalb meine empfehlung wer etwas längerfristig unterwegs ist einfach die stops noch ein bisschen hinterher ziehen auf der bullischen seite da ist noch nicht unbedingt das letzte wort gesprochen aber nicht zu sehr bullengläubig sein also auch zu akzeptieren dass der markt diesen dreh möglicherweise vor sich hat ein gewisser tritt in den hintern könnte heute mittag um 14.30 passieren da gibt es nämlich die nicht nur die initial claims sondern auch die continuous claims also die anträge auf arbeitslosenhilfe und da sind nicht nur die neu anträge jetzt spannend sondern unter anderem auch die wie setzt sich das bei den alten eben entsprechend vor wir haben ja mitgekriegt dass es in amerika nicht nur rosig aussieht und da kann das ein oder andere ei tatsächlich noch nicht gelegt sein was nachher den markt an diesem kleinen tritt in den hintern gibt jetzt tatsächlich die korrektur mal anzugreifen denn ein rücksetzer zum beispiel in die nähe des unitiefs zumindest jetzt mal ist nicht so abwegig das sollte man immer im hinterkopf behalten dass solche kleinen aber durchaus realistischen und relevanten rücksetzer sehr sehr wichtig auch werden um neue käufer wieder in den markt zu locken denn wir haben ja auch schon festgestellt eigentlich jetzt gerade auch mit ezb mit der eu die sich jetzt hier committed hat noch mehr geld in den markt rein zu pumpen die fed sowieso wir haben die trump wahl voraus trump wird mit sicherheit alles dafür tun dass die börse noch mal weiter nach oben geht sollte der bulle doch eigentlich die besten chancen haben deshalb kleine pause wir gucken mal im moment wird auf dem bullen rumgeklettert im moment sind man ist als offensichtlich hier noch eher auf der long seite unterwegs aber vorsichtig dass man da nicht runter fällt deshalb im zweifelsfall mit einem stopp für absicherung sorgen in diesem sinne für diesen moment erstmal alles gute und ganz liebe grüße